Hallo Leute und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Arbeitskanal zu der siebten Arbeitskanal wir spielen ein kleines Spiel Ultra Flash Sonic naja, das ist ja auch von Sonic Team und ich ... oh, diese Schwierigschule hat er das gerade gesehen? Bofloki, ich bin nicht! Nein! Bofloki! 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 spiel ist ja das gegenteil das spiel das so heiß ich weiß nicht so ich bin ein bisschen leise warum muss dieser kai hier machen wo 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 w wo 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 Das ist nicht so. schon jetzt weiter zack zweiter treffer jetzt wieder ab wow wie gehst du denn ab und jetzt 2 2 Das war's für heute. Woah oh my god This is the last one I can't have that One is the last one I can't have that I can't have that Ok I'll take it No I can't have that I can't have that Das war's für heute. 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 Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich gar nichts geredet habe. Das liegt daran. Boah, mein Lippen ist so richtig schlecht. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.